Protestantin, Pfarrers Tochter, Vorsitzende der christlich-demokratischen Union. Der Einmarsch beim Kirchentag in Dresden, er gerät zum Triumphmarsch. Es ist einer der angenehmeren Termine der Angela Merkel in dieser Woche. Auf dem Kirchentag darf sie über eine neue Weltordnung philosophieren, zusammen mit dem ehemaligen ghanaischen Präsidenten Kufur. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben.